Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zu neuen Tagesenergie am 17. April, einem wunderschönen Mittwoch. Sorry, sorry, sorry wegen gestern. Ich habe keine Ahnung, warum der Ton nicht ging. Ich habe aber heute energetisch bei mir reingeschaut, warum ich immer wieder Tonprobleme habe und habe da was einiges herausgefunden, was also persönlich speziell mit mir was zu tun hat. Habe das heute aufgelöst und jetzt müsste es eigentlich besser werden, sage ich mal. Ich habe keine Ahnung, aber ich hoffe, ich hoffe sehr. Weil es, ich sah in einer Vision schon, dass ich Kopfhörer auf hatte, also Ohrschützer. Ich wollte nichts hören. Hat jetzt ganz andere Gründe, aber lassen wir mal dahingestellt. Mal gucken, ob das der Grund war oder ein Mitgrund. Das müssen wir jetzt nur gucken. Also ein Grund war es mit Sicherheit. Warum das gestern nicht ging, weiß ich nicht. Heute ging es gleich auch nicht. Ich habe da muss ein- und ausgestecken, jetzt geht es wieder. Also es war eigentlich nichts Technisches. Es war Hausfrauenreset und keine Ahnung, was es war. Aber, na gut, wir kommen zum Mittwoch. Wir haben die Vergangenheit und die Ahnen. Und die daraus resultierenden Glaubenssätze, da arbeiten wir dran und sie nerven uns. Und vielleicht arbeiten wir genau deswegen dran, weil uns Glaubenssätze der Vergangenheit nerven, aufregen. Ja, das ist jetzt ein blödes Mikro. Es ist mir viel zu weit hier unten. Ich muss das ein Stück höher machen. Aber ich hoffe, dass es immer noch geht. Ja. Ja, hier nervt ein oder anderen auch die Arbeit, weil da auch bestimmte Glaubensmuster, Glaubenssätze der Vergangenheit noch vorherrschend sind. Aber wir gucken mal, ob da sich noch was ergibt. Die Vergangenheit, ja, wieder der Familie, der Freunde und so weiter. Also da kommen ja unsere ganzen Glaubenssätze her. Die nehmen wir ja eigentlich nicht mit. Wir nehmen das eine oder andere Trauma mit. Aber ansonsten nix. Und die entwickeln sich alle durch Familie und Umgebung, wissen wir ja alle. Und wir erwarten sie auch schon. Also das sind so Erwartungshaltungen. Ach Gott, heute regnet es wieder. Heute sind wir alle Ampeln rot. Oder eine schwarze Katze läuft mir über den Weg und jetzt habe ich Pech. Und das sind so ein Blödsinn. Das sind alles Glaubenssätze, die eine Erwartung hervorbringen. Das wird ja wieder nix. Oder, oder. Ja, wir begegnen den Glaubenssätzen. Da bewegt sich auch was. Drum nerven sie uns auch und sie werden uns aufgezeigt. In großer Zahl werden sie uns aufgezeigt. Ja, das wird wieder einen anstrengenden Tag. Haben wir sowieso eine anstrengende Woche. Ganz ehrlich, die ist sehr, sehr, sehr anstrengend. Aber gucken wir mal weiter. Wir haben hier Lebensgestaltung, wir haben Einschränkung und wir haben universelle Hilfe und Emotionen. Also, hier geht es wirklich rund um Glaubenssätze, rund um das, was wir erleben jeden Tag und das wir eigentlich selber meistens ausgelöst haben. Ich sage es mal so. Das wird uns jetzt wirklich wieder vor Augen geführt. Auch wenn der eine oder andere mit Sicherheit glaubt und sagt, nee, da kann ich nichts dafür, mein doofer Chef, mein blöder Bruder oder, oder, oder. Aber, wie schon oft gesagt, das sind eigentlich nur Spiegel für dich, die dir aber etwas zeigen sollen. Immer wenn du dich an irgendwas getriggert fühlst, sollst du eigentlich in dir schauen. Ich weiß, dass einige YouTuber, also einige Kanäle sagen, es hat nicht immer alles mit dir zu tun. Das ist schon richtig. Die Szene an sich, das, was es da gibt, muss nicht zwingend etwas mit dir zu tun hat. Aber es spiegelt ja trotzdem etwas. Wenn es dich antriggert, wenn du eine Szene siehst, mit der du nichts zu tun hast, ein Arbeitskollege streitet mit einem anderen Arbeitskollegen und du siehst es aus der Ferne oder bist dabei, gehst aber weg oder entfernst dich oder hältst dich davon fern oder sagst auch nichts dazu. Dir ist es egal, dich geht das nichts an, sagst du jetzt für dich. Und dich regt es auch nicht auf oder triggert es irgendwie. Dann hat diese Szene, zeigt dir zwar dein Außen, aber hat nicht zwingend etwas mit dir zu tun. Kannst du mal schauen, ob vielleicht in dir oder ein anderer, in dir der ein oder andere Aspekt mit dir streitet. Aber das ist jetzt Kinkerlitzchen. Da ist es halt einfach im Außen so geschehen. Aber wenn es dich antriggert, wenn es bei dir Emotionen erregt, hat es immer etwas mit dir zu tun. Weil umsonst würde es dich nicht nerven. Es passiert aber auch so, wenn man zum Beispiel wie ich ein großes Gerechtigkeitsgefühl hat, das wird eigentlich immer angetriggert, wenn ich eine Ungerechtigkeit sehe. Da kann ich noch so erleuchtet sein und noch so in mich ruhen, wenn ich Ungerechtigkeit sehe, könnte ich aus der Haut fahren. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, weil das meine Natur ist. Das ist also nichts, wo ich jetzt etwas ändern müsste oder sonst irgendetwas. Aber da spricht es eine Natur von mir an, wo ich nicht aus kann. Das muss ich dann bloß wissen und sagen, okay Diana, kannst du etwas ändern, willst du dich jetzt einmischen, willst du nicht und so weiter. Und dann per per für jede Szene allein entscheidend, was zu tun ist. Das ist aber nur, weil es in mir so verankert ist. Das Gerechtigkeitsgefühl habe ich seit Kind her und Ungerechtigkeiten kann ich einfach nicht leiden. Ist einfach so. Also man darf da schon ein bisschen unterscheiden, was einen antriggert und was einen ärgert und wo man reagiert und so weiter, was es ist. Aber ganz ehrlich, zu 85 Prozent, wenn nicht mehr, sind es Glaubenssätze, die in dir sind, die Emotionen bei dir auslösen, die du teilweise aus der Familie als Erwartung erhalten hast. Das heißt, so ein Spruch, so wie du im Wald reinrufst, so ruft es zurück. Hat meine Mama immer gesagt. Hat im Grunde recht, aber auf der anderen Seite, so wie du aussendest, so kommt es auch wieder zurück. Also hier spiegelst hier ganz oft irgendetwas. Und diese Glaubenssätze, besonders die, die man schon Erwartung hat. Ja, jetzt fängt der schon wieder an. Ich weiß schon, was da rauskommt. Ist ein Erwartungshalten an einen gewissen Menschen bei einer Reaktion. Oder, oder, oder. Um Gottes Willen, wenn der jetzt wieder einen Wein trinkt, dann weiß ich schon ganz genau. Also, um Gottes Willen, jetzt ist mein Kind nach einer Stunde noch nicht aus der Schule. Ich weiß schon wieder, wo ich den wieder finde. Der ist jetzt wieder am Fußballplatz und hat die Hausaufgabe vergessen und ich muss mich wieder ärgern. Und bla, 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 bla. Das ist alles bla, bla im Kopf und Erwartungshaltung von Glaubenssätzen, die sich in dir festgesetzt haben. Und die werden dir jetzt großflächig gezeigt. Und sie nerven dich. Und darum, weil sie dich nerven, wirst du ja anfangen, etwas zu bewegen. Denn all diese Glaubenssätze schränken deine Lebensgestaltung ein. Du kannst ja nicht aus dem Haus gehen, weil. Du kannst jetzt nicht weg, weil. Oder du kannst dies und jenes nicht machen, weil. Meistens alles Glaubenssätze. Du weißt, was ich meine. Einschränken und noch vieles mehr. Also, morgen werden wir uns eigentlich ein Tag sein, der uns ein bisschen nervt. Wo wir eben vor Augen geführt wird. Wo uns vor Augen geführt wird. Wo wir immer noch in der Vergangenheit hängen. Und die Vergangenheit immer wieder ins Jetzt mitziehen. Das wird uns eigentlich gezeigt. Wir bekommen aber großflächig Hilfe, wenn du Hilfe möchtest. Du musst nur annehmen. Hier streiten zwei Arbeitskollegen. Du mischst dich ein, weil dich das anträgert. Dann kommt eine Arbeitskollegin. Komm, geh mal da weg. Lass doch dich streiten. Du kennst sie doch. Zieh dich da weg. Das ist universelle Hilfe. Dich nicht noch mehr darin zu verstricken. Und die sagt dann vielleicht noch zu dir einen Satz. Warum legst dich du da eigentlich so auf? Geht doch dich nichts an. Hat doch mit dir nichts zu tun. Du meint das jetzt im Guten. Und dieser Satz macht etwas bei dir im Kopf. Warum rege ich mich auf? Und schon hast du hier das hier. Hier kommen Glaubenssätze in Bewegung, weil sie uns gezeigt werden. Also ein bisschen nerviger Tag. Ein Tag auch mit vielen Menschen. Wo du aber siehst, warum dein Leben nicht so läuft, wie es laufen könnte. Emotionen. So, Weltliche zu Ende. Wir kommen ins Spirituelle. Im Grunde ist das hier das Ganze das Gleiche. Aber ich schau jetzt erstmal in die Energien hinein. Türkis. Türkis. Okay. Ich dachte eher mehr Rot. Aber hier ist Türkis drin. Welche Farbe nervt uns da denn so? Ah, die sehen wir nicht. Ah, okay. Ich sehe ja nur eine türkise Regenwand, Schnürl-Regenwand, sage ich mal. Und ich sah eigentlich nichts anderes. Und darum fragte ich, welche Farbe das nervt. Und dann ist die Regenwand ein bisschen lichter geworden. Und dahinter waren so schwarze Schlieren praktisch. Das heißt, vordergründig merkst du es nicht gleich. Du merkst es erst, wenn du angetriggert wirst, dass hier genervt wird. Also, das kommt mit der Zeit. Du schaust dir irgendwas an oder bist irgendwo schon eine Zeit lang und dann kommt das Nerv mehr. Also, das kommt von unten raus. Okay. Ich glaube, ich brauche nicht rausschauen, wie wir das sehen, wie wir das merken morgen. Also, Nervigkeit merkt jeder, mehr oder weniger. Hier wird uns explizit gesagt, dass unsere Glaubenssätze unsere spirituelle Lebensgestaltung einschränken. Ganz logisch. Denn wir haben ja nicht nur im Leben Glaubenssätze. Wir haben ja auch spirituelle Glaubenssätze. Und das nicht zu wenige. Und da kann ich nur jedem raten, du kannst nur für dich aussortieren. Es gibt so viele spirituelle Lehrer, so viele spirituelle Menschen, die im Netz sind. Es gibt so viele Meinungen gibt es. Du kannst nur für dich herausfinden, was ist für dich richtig. Und selbst meine energetische Ausbildung, die jetzt abgeschlossen ist, war ich zu 90 Prozent, das stimme ich 100 Prozent überein, aber zu 10 Prozent nicht. Ich habe das so gemacht, wie ich es immer mache. Ich habe mir das alles angehört, habe das alles gelernt, gelesen, mir angehört und, und, und. Mich in den anderen drüber zu halten und jetzt ist es erstmal zu Ende und jetzt passiert bei mir die Phase auszusortieren, was kann ich brauchen, was gehört zu mir ins Leben, was ist stimmig und was nicht. Und das habe ich heute schon begonnen. Das passiert bei mir ganz automatisch, wenn ich ein Thema beendet habe, dann muss ich es noch abschließen. Und das sind bei mir zwei bei Stephen und das Abschließen ist, jetzt, was ist wirklich übergeblieben, was möchte ich davon. Wir haben auch in der, in der, das, was ich gelernt habe in vier Monaten, einiges gehabt, wo ich sage, da kann ich jetzt nichts anfangen und so. Hat aber alles seine Berechtigung und jeder nimmt sich dann daraus, was er braucht. Ich konnte sehr, 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 sehr viel brauchen, also brauche ich gar nicht reden, aber es gibt Sachen, wo ich sage, nicht zwingend meint und stimmt mit mir nicht überein. Und da bin ich jetzt dabei und habe ich heute schon angefangen, da wirklich mir einen Fragenkatalog zu stellen und stimmt das, stimmt das für mich, dass ich wieder eine Linie habe. Weil wenn ich sowas Neues lerne oder auch wenn ich einen YouTuber anhöre oder sonst irgendwas, das ist vollkommen wurscht, dann höre ich das einfach mal an. Es kann sein, dass ich den nach fünf Minuten ausschalte, weil ich merke, der ist nichts für mich, das triggert mich jetzt schon, das nervt mich jetzt, da kommt was hoch. Aber nicht, weil ich mich, in dem Fall nicht, weil ich da was anschauen muss bei mir, sondern weil das, was der sagt, schon hinter mir liegt, das habe ich schon assortiert. Schalte ich ab. Es gibt aber ganz viele, die erzählen irgendwas, ich höre mir das an, denken mir, ja, das glaube ich nicht oder da bin ich nicht konform. Ich höre mir das aber trotzdem fertig an. Oft eine Stunde, oft drei Stunden, je nachdem. Ich höre mir das wirklich alles an und lasse es einfach mal so stehen. Und danach erst denke ich darüber nach, wirklich darüber nach kann das für mich stimmen. Dann kommt es öfter vor, dass sich das eine oder andere Thema, was angerissen wurde, nicht mehr ganz so im Kopf ist, weil wenn es so lange ist, ist das normal, dann höre ich aber, das stüttelt nochmal an. Nur, um mir ein Resümee zu geben, einen Abschluss zu geben, was ist jetzt hilfreich da für mich. Bei vielen bleibt nicht viel über, bei einigen viel, kommt immer darauf an. Da ist aber nichts verkehrt. Und das möchte ich jetzt mal unterstreichen. Niemand von diesen Menschen sagt irgendetwas Verkehrtes. Alles, was sie sagen, ist ihre Wahrheit. Und ob ich den Guru jetzt mag, weil es gibt ja einen weltbekannten Guru, den ich überhaupt nicht ausstehen kann. Ob ich den mag oder nicht mag, ist völlig unerheblich. Der kann für dich das Beste sein, was da passiert. Für mich ist der gar nichts. Aber für mich, für meine Wahrheit, für mein Sein ist er nichts. Darum sage ich, jeder, ist egal, ob der YouTube macht oder sonst irgendwas, hat seine Berechtigung, hat seinen Grund, warum er da ist. Und sagt für sich auch die Wahrheit. Also alles, was diese Menschen erzählen, ist für sie die Wahrheit. Der eine erzählt von der flachen Erde, der andere erzählt von Reptoloiden, der dritte erzählt von Andriana und der vierte von irgendwelchen Sternvölkern und keine Ahnung was. Und was hat der letzte, irgendeiner hat vor kurzem erzählt, die Menschen sind die Bösen. Wir sind so böse, wir müssen uns ja besser machen. Und in einem Hörbuch habe ich letztes Mal gehört, die Seele muss leiden. So, vieles von dem, was ich jetzt gesagt habe, ist für mich totaler Scheiß. Ich sage vieles, weil ich möchte mich da nicht outen, das bringt bloß Kontroversen. Weil viele Menschen sagen, nee, das gibt es bestimmt und wenn du das nicht glaubst, dann. Also ist das vollkommen wurscht, was ich glaube. Vieles glaube ich nicht von dem, was ich gesagt habe, finde ich blödsinnig. Aber das ist meine Wahrheit und darum passt es nur nicht zu mir. Und das ist genauso. Das können jetzt Glaubenssätze sein. Wenn ich jetzt angenommen sage, was weiß ich, Krötenmenschen gibt es nicht, dann ist das ein Glaubenssatz von mir. Also ich glaube an das, was ich sage. Wenn jetzt aber mir einer einen Krötenmenschen vorstellt, dann kann ich sagen, okay, Glaubenssatz, du warst verkehrt und kann den verabschieden. Nur solange ich nicht das Gefühl habe, dass es für mich gefühlsmäßig sowas gibt oder ich gesehen habe, bleibt mein Glaubenssatz. Und dann können 5 Millionen Menschen sagen, das muss ich glauben, was es das gibt. An Scheiß muss ich. Ich muss gar nichts. Wenn es für mich nicht passt, passt es für mich nicht. Und dann kann es mehrere Gründe haben. Und das ist bei euch genauso. Entweder es gibt es wirklich nicht, dass dir irgendwo ein Bärens gebunden wird. Auch wenn 5 Millionen Menschen dann glauben, muss es nicht sein, dass es es gibt. Zweitens bin ich vielleicht noch gar nicht so weit, um das erfassen zu können, dass das für mich stimmig ist. Drittens, vielleicht passt das überhaupt nicht in mein Leben hinein. Weil vielleicht gibt es ja Krötenmenschen, die aber mit mir und meinem Leben nie etwas zu tun haben werden, weil das überhaupt nie irgendeine Aufgabe von mir ist. Die will nicht mal eine Aufgabe streifen von mir. Folge dessen sind für mich die unsichtbar. Die gibt es nicht. Da sind so drei Gründe und da gibt es bestimmt noch mehr, die mir jetzt spontan einfallen. Warum? Aber der, der mit den Krötenmenschen zu tun hat, der glaubt natürlich dran. Der sieht die vielleicht auch oder hat das Gefühl dafür. Ich aber nicht. Darum sage ich, es ist alles richtig, aus der Worte von dem, der es erzählt. Und ist egal, ob das Reptilien sind, Androiden oder Androana oder was weiß ich, wie die ganzen heißen da. Oder Sternenvereinigung. Was erzählen sie noch alles? Ach, ich weiß nicht mehr. Riesen und Zwerge und Anderswelt und Feenwelt und alles, was du dir irgendwie vorstellen kannst. Das heißt, alles, also es gibt alles eine Berechtigung. Das heißt nicht, dass du das glauben sollst, glauben musst. Es heißt aber auch nicht, dass es es nicht gibt. Wenn mir jetzt jemand was von Krötenmenschen erzählt, sage ich, ich glaube es nicht. Ich sage aber nicht, hundertprozentig gibt es das überhaupt nicht, weil ich das nicht kenne. Das würde ich nie sagen. Ich lasse also immer offen, ich glaube es nicht. Aber vielleicht gibt es das ja doch. Das ist aber, genauso handele ich auch im Leben, wenn ich irgendetwas entscheide und mein Mann zum Beispiel sagt, nein, das ist verkehrt, du musst es anders machen, sage ich, nein, ich glaube, dass es richtig ist. Und dann sage ich aber auch zu ihm, ja, lass uns darüber reden. Sag mir deine Argumente, vielleicht stimmst du mich ja um. Vielleicht hast du ja etwas, was ich nicht gesehen habe. Da lässt sich mein Mann nie drauf ein. Ich kann mir eh nicht umstimmen und bla bla bla. Aber er hat auch keine Argumente. Mein Mann entscheidet auch sehr viel nach Gefühl. Das ist ja richtig so. Aber das ist sein Gefühl und das andere ist mein Gefühl. Und er ist gut gefahren damit und ich fahre gut damit. Aber ich bei meinen Entscheidungen und er bei seinen Entscheidungen. Also bis jetzt sind wir uns noch nie in die Quere gekommen und darum sage ich, jeder hat seine Wahrheit. Und das, wo er dann meistens abgeraten hat, war für ihn auch nicht so prickelnd. Für mich doch. Also für mich hat es den Zweck erfüllt, warum ich es so entschieden habe. Er hat das eher weniger gefallen. Also das hatte schon seinen Grund, warum er dazu nein gesagt hat. Aber das ist ja es wurscht. Es geht bloß darum, dass jeder seine Wahrheit hat und alles stimmt. Von seiner Sicht aus. Und wenn die sagen, die Erde ist flach und die Erde ist eine Kugel, die Erde ist hohl und in der Erde wohnen Leute und er hat keine Ahnung und ich weiß doch nicht. Irgendwo wohnt der Teufel und ich habe keine Ahnung, was sie alles erzählen. Für sie ist das richtig und ich lasse es einfach stehen. Einiges glaube ich, vieles nicht. Und wie gesagt, lasse ich mich gar nicht drüber aus, weil es bloß wirklich Streitereien gibt. Und da ist ja das Schlimme im Netz, ist dann so schlimm, weil der, wie hat letztes Mal einer geschrieben, habe ich so eine politische Sendung angesehen, aber eine total links, was weiß ich, böse Sendung halt. Und da haben sie eben vom Trump geredet und AfD-Wähler. Und der Mann, der befragt wurde oder mit ihm gesprochen hat, der wählt die AfD, mag aber den Trump nicht. Und dann fragte einer, wie geht sowas? Wie kann man einen Trump nicht mögen, aber die AfD wählen? Und dann bin ich da gesessen und dachte mir, hallo, warum soll denn das nicht gehen? Was soll das denn? Das ist doch Quatsch. Es ist doch nicht nur, weil ich glaube, dass die Erde rund ist, kann sie nicht auch hohl sein, so ungefähr. Ich glaube, die Erde ist rund, aber hohl kann ich dann nicht glauben. Oder ich glaube, die Erde ist hohl, dann kann ich aber nicht glauben, sie ist flach. Oder, oder, oder. Quatsch, alles Quatsch. Alles kann sein. Also, das eine schließt das andere nicht aus und du kannst A glauben, B aber nicht, obwohl es zusammengehört. Also, lass dich da von niemandem, wirklich von niemandem unterbuttern oder seine Meinung aufzwingen. Das ist ganz wichtig, für deine Wahrheit, für deine Entwicklung, deiner Wahrheit zu folgen. Wenn sich deine Wahrheit dann irgendwann als falsch rausstellt, als lückenhaft oder unvollständig, vollkommen wurscht. Schön so, gut, ich habe was gelernt. Und genauso mache es auch ich. Und darum habe ich jetzt so einen Abschluss. Ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt da drauf gekommen bin. Ja gut, also auch von meiner Ausbildung und schmeiße einiges wieder raus, was bei mir nicht stimmig ist. Muss aber sagen, also wirklich 85% war richtig super klasse. Also hat mir unwahrscheinlich weitergeholfen und was gegeben. Also, morgen ist es auch energetisch so, dass wir einfach Energien bekommen, die uns nerven sollen, die uns aufzeigen sollen, wo wir noch hinschauen müssen. Und in dem Fall sage ich richtig müssen, weil das einfach das Gebot der Stunde ist, sonst wirst du nicht so angetriggert. Und wenn du jetzt nicht hinschaust, wirst du weiter getriggert. Und glaub mir, der Trigger wird immer ein bisschen mehr. Also wenn du jetzt immer ein bisschen sagst, nee, ich will nicht aufarbeiten und ich habe schon so viel gemacht und ich habe nichts mehr, vergiss es, ich habe nichts mehr. Ich arbeite mein Leben lang an mir und finde immer was. Immer, immer. Aber einfach, weil man sich weiterentwickelt. Umso weiter du dich entwickelst, umso mehr kommt. Und ich hatte früher nie, überhaupt nie etwas, Karma aus der Vergangenheit, irgendein Trauma aus der Vergangenheit, was ich jetzt aber erstmal gelöst habe. Weil es jetzt Zeit ist, weil ich es jetzt verstehe. Ich muss sagen, vor drei Jahren noch hast du mich mit dem Wort Karma jagen können. Sag ich, Karma ist Quatsch, Karma gibt es nicht. Ich nehme da nichts aus dem anderen Leben mit. Heute weiß ich es besser. Das ist auch so was. Vorher war es nicht meine Wahrheit, weil ich da nichts gespürt habe. Ich hatte genug Probleme in meinem Leben. Jetzt habe ich vieles gelöst, vieles anders gemacht, mich weiterentwickelt und jetzt, oh ja, es gibt sehr wohl Karma. Nicht in dieser Masse, wie man uns weismachen möchte, aber doch immer wieder ein paar Verstrickungen, die man dann auch gerne lösen kann. Und Familien Karma, mit dem hatte ich auch nichts am Hut, gibt es aber auch. Also auch das durfte ich lernen und passt jetzt in meine Wahrheit. Vor Jahren hat es nicht reingepasst. Und das meine ich damit. Also nur weil ich, darum sage ich ja nie, nie im Leben gibt es sowas. Also ich lege mich nicht hundertprozentig fest. Ich sage, für mich ist es jetzt nicht so. Das heißt aber nicht, dass es morgen anders sein kann. Und das ist eine Haltung, die du einnehmen kannst, wo du dahinter stehen kannst und dir keine Blöße gibst oder ein schlechtes Gefühl hast, wenn du sagst, oh nee, jetzt ist es anders. Weil du es offen gelassen hast. Das ist aber nicht, dass man dich irgendwie, du lässt ein Hintertürchen auf oder so. Nein, es ist einfach die Zeit, die Veränderung, die jeder Mensch durchmacht, die Entwicklung, die jeder Mensch durchmacht. Und da muss man genauso offen sein und ehrlich sein, dass man heute nicht alles weiß, was man in fünf Jahren weiß. Du brauchst ja wohl schauen, wie du vor 20 Jahren warst. Was hast du denn alles nicht gewusst, was du heute weißt. Ganz normal. Also kannst du eben nur noch heute entscheiden. Und da ist alles wahr. Ich weiß gar nicht, wie ich da überhaupt drauf gekommen bin, weil das liegt ja überhaupt nicht. Hier liegt Nervigkeit, die wir auch spirituell, energetisch wirklich merken. Und darum sage ich, es sind schwere Tage, denn man merkt es auch körperlich. Und da sage ich ganz ehrlich, es gibt so Glaubenssätze, die sich körperlich verankert haben und, ich sage jetzt nicht ein Eigenleben, aber sowas in der Art entwickelt haben. Und solche Glaubenssätze, die haben so, wie sagen die Leute, ich habe sie vergessen, da gibt es einen Namen dafür. Jemand, die so, die irgendwie eine Gestalt angenommen haben, eine, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, also irgendwie so ein Eigenleben führen, weil du es schon so lang und so fest hast. Die sind schon Bestandteil von dir, sage ich jetzt mal. Die, wenn du auflöst, die wollen nicht gehen. Die wollen absolut nicht gehen. Die streiten mit dir. Und das kannst du körperlich merken. Im Endeffekt bist du der Sieger. Du darfst dich bloß nicht unterkriegen lassen, weil ich will es nicht mehr. Ende. Ende, da kann das noch so eine Scheinwesenheit geworden sein oder ein Teil von mir, wenn ich es nicht will, will ich es nicht. Jetzt ist Ruhe. Du musst dich bloß durchsetzen. Und das ist das, was ich gerade spüre. Aber bei mir hat das nicht den Grund von Glaubenssätzen, sondern aufgrund meiner Entgiftung, die ich ja mache. Ich mache die ja gleich zweimal, also Darm- und Parasitenentgiftung auf einmal. Und mir kommt es gerade so vor, als wenn ich einen Riesenstreit im Körper hätte. So ein Riesenkrieg hier. Was soll das? Wir sind schon so lange da. Wir wollen jetzt bleiben. Und das ist unsere Heimat. So ungefähr kommt mir das vor. Ich kam mir heute beim Massieren, hatte ich so eine richtige Vision. Und da hat mir der Andi den Arm massiert. Richtig böse, fest und aua. Und ich ging dann so in mir und auf einmal kam der Satz hoch, das gefällt mir nicht. Und dann wusste ich, das ist nicht von mir. Das habe ich nicht gesagt. Das kam nicht von mir. Und diese Parasiten und was wir auch immer alles haben, die beeinflussen ja unser Denken. Die beeinflussen uns so dermaßen, dass du auf irgendetwas Positives siehst, wenn du krank bist. Weil die wollen dich ja krank, die wollen dich ja niederschwingend haben, um sich zu ernähren. Und darum geben sie dir sowas. Das ist wirklich so. Da musst du dich mal erkundigen. Die beeinflussen dein Denken. Und das Denken war nicht von mir. Und ich habe zum Andi gesagt, irgendwas in mir will das gar nicht, was du jetzt da machst. Aber ich weiß, dass es richtig ist. Ich musste aber ganz fürchterlich lachen. Und wie gesagt, der ist auch sehr spirituell, sehr energetisch. Der spürt sowas. Aber war schon eine, denke ich mir, ja, okay, ich kenne den Krieg. Und ich spüre es gewaltig, sage ich auch ganz ehrlich. Aber das ist auch die Zeit. Das ist einfach die Zeit. Ich habe mir schon das Richtige ausgesucht, zur richtigen Zeit so ungefähr. Also alles auf einmal. Und das hier spüren wir auch. Diese Glaubenssätze spüren wir auch. Also der eine tut sogar weh. Das ist nervig noch zu wenig. Aber die sollen dafür da sein, dass wir uns nicht mehr einschränken lassen von unserer emotionalen Vergangenheit. Dass wir es endlich lernen und peu a peu a peu auflösen. Und wie gesagt, mit der Auflöserei wirst du wahrscheinlich dein Leben lang nicht fertig. Weil umso mehr du dich entwickelst, umso mehr siehst du. Weil umsonst ist ja nicht der große Guru, der nur noch lächelnd rumsitzt, weil er wirklich nichts mehr hat. Aber so weit, ganz ehrlich, so weit glaube ich will ich gar nicht kommen. Ich glaube, ich finde das nicht lustig. Bloß da sitzen und lächeln. Aber gut, ich lasse mich auch ein bisschen respillieren. So, ich bin ab genug gequatscht und Blödsinn erzählt. Ich danke euch und jetzt hat er Ton das ganze Ding. Habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, es sind aber nicht, es sind 117 Karten. Denn ich habe drei Lehrkarten mitmachen lassen. Das ist die Schachtel von mir. Dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder, oder, oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht. Und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen. Weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video. Da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei. Sie brauchen keine Anleitung. Und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden. Und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlücken, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und herausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird es so in zwei Wochen so sein, kriegst du auch den Link, da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen, und die sind so 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann bloß sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.